Wir sind sowieso wieder überleben, ne? Das ist so lächerlich, gemein, ne? Da, was sag ich? Gut, dass ich die Wette nicht eingegangen bin. Die AK nehmen, die ist wichtig. Yo, AK! Ja, ja, geht weg, geht weg! Sorry, können wir los? Seid ihr alle fertig? Nein, 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 nein. Ich brauch noch ne Machete. Du musst das Medikit vor allen Dingen erst mal nehmen, Jan. Da ist ne Machete! Da ist ne Machete! Nein! Da geht's raus, hier geht's raus. Ich hab die Schrotflinte. Go, 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 go. Immer mir nah. Wie soll man denn hier hochkommen? Ja, die Trappen halt. Ja, da war so ne... Oh nein, die werden hier jetzt direkt stehen. Jetzt wird's lustig. Vollzeit! Ich wurde angeblümert. Aua, aah, voll gekotzt. Ich bin angeschmackt. Das war laut, das hab ich gehört. Und wo seid ihr so? Alter, ich werd weggezogen, Mann! Hinter euch da, dadadadadadadadadada! Äh, ich werd hier auch noch gehauen. Besser so? Ja. Der lebt noch, jetzt nimmer. Oh, da ist, da ist ein Geschenk! Da ist ein Geschenk! Das ist jetzt natürlich der richtige Moment. Nein! Nicht zum Geschenk! Das ist der richtige Moment für das Geschenk, würd ich sagen. Wir haben richtig gefressen jetzt, ne? So kurz... Wohin geht's da? Hoch, glaub ich. Ja, wir müssen hoch. Ich glaub, wir müssen auf die Treppe. Äh, auf die... Treppe sag ich schon. Auf die Brücke. Gelegt Katana? Hab ich genommen, kein Problem. Nicht kaputt machen! Ah! Sorry. Nicht schlimm. Hab auch drauf geschossen. Ich hab auch gekillt. Oh, vorsichtig, hier kann man weggezogen werden. Ha! Ich hab gar nichts drauf geschossen. Wir sollten uns merken, da können wir einen wegziehen. Irgendwo Splitter, Splitter. Ja, da oben. Und da steht direkt ein Charger. Mein Gott, woher wissen die solche Spots schon hier alles, ey? Hier haben wir doch schon gespielt. 25% Hammer. Ah, ne Witch! Alter, ne Witch! Einfach weiter rennen. Lauf weiter, einfach vorbei rennen. Scheiß auf die Witch. Ups! Mach die Witch tot! Nein, die kriegt ihr nicht tot! Das dauert ewig! Jawoll! Ich muss! Ich brauch mal! Hab ich vor allen Dingen. Hallo! Ich brauch auch Hilfe, Mann! Ja gut. Lauf! Nein! Ich mach dir den weg! Der Schiffbocker! Ich hatte nicht vor stehen zu bleiben, wenn ich ehrlich bin. Achso. Kann mich jemand mal aufheben? Oh, geht doch weg! Ey, hinter dir! Ihhh! Wie komm ich denn hier weiter? Wie gehst du nicht weiter? Verdammte Scheiße! Äh, yo! Auf den Tank! Kriegt ihr mich? Oh, ich hab nur 150. Ihr müsst euch beeilen! Echt beeilen! Richtig beeilen! Ich weiß hier nicht, wo es lang geht! Ich bin tot! LOL! Ich weiß nicht, wo lang! Egal! Lauf die Brücke gerade! Es geht hier nirgendwo lang, ey! Die Brücke ist zu! Ehh! Ich versuch gerade nicht zu sterben! Ja, ich sterbe auf jeden Fall! Ich wurde jetzt gepackt! Du hofft, ne? Dass man unter dem Laster nicht durchkommt! Ja! Was ist das? Wie komm ich denn jetzt? Oben drauf! Irgendwo oben drauf ging's! Ich kann euch gerade nicht zusehen! Hör mir dort! Okay, auch am Boden! Du bist der letzte Last Survivor! Mach Meter! Nicht stehen bleiben! Mach Meter! Was machst du? Nicht stehen bleiben! Lauf einfach weiter! Du musst Meter machen, Amy! Was? Was? Lauf! Laufen sollst du einfach! Okay, okay! Links vorbei! Links, links! Okay, okay! Ja, tot! Ich hab gedacht, du redest nicht mit mir! Doch! Ich war so, so, so Angst! In the zone! Oh man! Okay, ihr kennt jetzt die Spots! Erstmal am Tunnelausgang, würde ich sagen! Ah, fix! Und ein Splitter auf der Treppe dann! Oh, ich bin Splitter! Ich bin Smoker! Ich zieh direkt den ersten weg, der hochläuft! Ich bin Hunter! Ich bin Hunter! Hunter! Ich rotz auf die Treppe, ja? Ich rotz auf die... Rotz dahin, wo die Leiter ist auch! Ich zieh direkt den ersten raus, wenn er kommt! Wo ich hier gerade? Wo? Da! Ja, ja, ja! Charger, Charger hier! Der Charger zurück, da wo das SOS-Zeichen ist! Ja! Also von oben am besten kommen, damit er auch trifft! Warte! Die laufen einzeln! Die laufen nicht zusammen! Jetzt! Ich nehm den ersten, hab ich gesagt! Ich hab gesagt, ich nehm den ersten! Ich hab noch Sascha dann wenigstens jetzt genommen! Nice! Ich hab Sonic! Steve kommt raus! Ja, ich werd ihn aufhalten, dass er auf jeden Fall nicht rest! Ich bin tot! Also Sonic ist tief, glaube ich! Ich hab gleich meinen Cooldown weg! Also... Steve? Also den bin ich... Nee, der Stevie rest hier gar nix! So! Rotze ist drauf! Abhin! Ist vorbei! Nee, die schießen auf mich! Ist nicht vorbei! Nee, Atta ist noch da! Fuck! Ich hab mich schlecht positioniert! Die schießen... Atta ist noch da! Nee, Stevie! Stevie ist auch noch da! Stevie versucht sich zu heilen! Ich halt ihn auf! Ich auch! Nein! Nein! Du hättest auf die Leichen rotzen müssen, dass sie die nicht auf den Hoch nehmen! Auf die Leichen rotzen! Ja! Auf die kacken Fenner da! Jetzt chill doch mal! Ich hab die jetzt wo mal gut angerotzt und das... Das reicht mir! Fuck! Wenn's jetzt n... n Smoker gibt, der muss die da oben von der geilen Stelle wegholen, würd' ich sagen! Wenn's die gibt! Schön! Schön! Hätt ich nicht gemacht! Genau deswegen! Irgendwer rennt da oben schon los! Ja, das bin ich! Ich will die Witch sein! Kannst du nicht sein! Ja, kann ich auch nicht, weil ich Smoker bin! Ich kann nicht spawnen! Soll ich sie von oben runterziehen? Ja, ne? Ich bin auf der Treppe! Runterziehen kannst du! Aber ich glaub nicht, dass du für Reichweite hast! Ja! Ja! Ich hab Sonic... Scheiße! Ich hab Sonic noch so'n bisschen Schaden gemacht! Oh! Kann die da durchgehen? Muss rennen! Muss rennen! Nee! Sascha schießt blöd gegen die Wand irgendwie! Bei mir! Ich bin da auch! Fuck! Wir hätten keinen Smoker jetzt an der Stelle! Ich... Ich... Ich hab die Witch! Ich hab die Witch! Du kriegst immer die cool Sachen! Nein, sie wird nicht! Sie hört sie, oder? Ja, ich hab sie! Man kann nicht Witch werden! Ach, die Witch ist KI, oder was? Die Witch... Ja, die kann man nicht werden! Ah, ja! Ich seh sie auch! Die Leuchte dahinten so vor sich hin! Woher ist sie denn das da bin? Fuck, ey! Die sind weiter als wir! Ja! Die haben die Witch nicht aktiviert! Bei uns stand die einfach schon rum! Yo! Aiming-Skills! Die Witch ist auch... Die sind einfach auch vorbeigegangen! Up, Steve! Die sind auf jeden Fall geboomert alle! Ja! Ich zieh grad Sascha weg! Und ich hab's aber irgendwie nicht geschafft! Die laufen jetzt durch! Die wollen einfach nur gewinnen! Ja! Die brauchen noch... 120! Dann haben sie uns! Wir müssen ihnen halt auch schon noch ne Chance geben! Die humpeln jetzt nur noch so ein bisschen! Ah, die hat nen Granatwerfer! Ist egal! Irgendeiner von denen! Fuck, jetzt lauf doch! Da gibt's so ne geile Stelle, wo ich spitten kann! Na, Atta! Du kommst wieder zurück! Was? Ja gut! Nein! Was ist das denn?! Ich bin runtergefallen! Was bin ich, Charger? Ich hab Atta! Ja! Nein! Ich will respawnen! Fuck! Was ist das denn?! Ich bin unten im Wasser und komm nicht mehr weg! Atta ist tot! Also ich hab Sascha! Sascha liegt! Warte mal! Schau mal mit auf Atta ein! Das ist ja nicht! Was soll das denn?! Ich bin raus aus dem Spiel! Nein! Ich hol den runter! Was? Wieso bist du raus aus dem Spiel? Ja, hab ich grade gesagt! Ich bin runter ins Wasser gefallen und da komm ich nicht mehr hoch! Achso! Achso, so meinst du! Verstehe! Da hinten komm ich vielleicht wieder hoch! Ist Sascha tot? Ja! Hä, hä, hä! Nach oben! Na! Na! Wo sind die? Ja! Hab Steve geblindet! Wie soll ich denn da rüber kommen?! Das ist doch so... Die ist weg! Hä? Wieso bin ich hier? Das ist Sonic da unten! Ach, da ist! Da kommt man rüber! Ah, da bin ich ja sogar richtig! War einfach nur so weit vor! Wo sind denn die jetzt alle? Oh! Wir sind alle toll! Oh, das war jetzt ja wohl richtig bitter! Stopp! Das war richtig brutal! Oh, man kann ja runterspringen einfach! Du hast so ein paar kommunikative Defizite in dieser Map! Nee, komm! Wo bist du? Wo bist du? Achso, jetzt geht's nicht mehr! Ey! Gewonnen! Ey! Ist noch nicht vorbei, glaub ich! Gibt noch ne Map! Nein! Entweder ist es vorbei, oder... Dün, dün! Wenn da der Punktestand steht und ihr Team gewinnt, dann ist es vorbei! Nee! Warum? Weil ich das gesagt hab! Hier liegt da ne Axt für irgendwen! Acker! 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 Und Knüppel, wer noch will! Acker! Alle fertig? Warte, warte, warte! Ja, man muss schnell sein in dem Spiel, damit die sich noch nicht positionieren können! Ne Axt! Andere Richtung! Andere Richtung! Hier geht's raus! Ich will aber in die andere Richtung! Geht nicht! Mann, das Spiel hat gar keine Open Vault! Wohin? Wohin? Hilfe! Da ist ein Smoker! Ehhh! Moko! Nein! Cha-Cha hat mich! Hilfe! Hinter mir! Hilft mir mal bitte! Bitte! Ja, ich komme! Jetzt hau doch mal ab! Also Jan, irgendwie schaffst du es dauerhaft am Anfang schon LoL zu sein! Das stimmt! Ich weiß zwar nicht, wie du das schaffst, aber du schaffst! Das macht der Atta bestimmt wegen meinem Kommentar! Okay, jetzt kommt die Kettensäge, Jungs! Unter dem Dings-Video! Einfach durch! Okay! Na dem Evolve-Video! Das nimmt er mir übel! LoL! Ich habe mich selbst abgemacht! Was hast du denn geschrieben? Kommt mal alle her! Pigs! Ich habe meines in den Forderungen! Jetzt kommt mal alle her, ihr Mongos! Alle! Meine Güte, ey! Könnt ihr euch mal nicht über irgendwelche Scheiß-Kommentare unterhalten, sondern mal das Spiel spielen! So, alle hierhin! Aufpasst! Boomer! Boomer! Ja! Ach, geh doch mal weg da! Ich schnetze gerade alles weg! Mann! Wir können die zwei Smoker haben! Wollen die mich verarschen? Könnt ihr mal nach oben schießen? Ich schieße! Nicht die Kettensäge! Wer hat denn da eine Kettensäge? Die Scheiße! Ich hab die Kettensäge! Warte jetzt! Also wir haben mehr Spaß als die! Kettensäge ist super! Gib den Arsch! Aufpassen! Die kommen gleich vom Hügel! Ich weiß nicht, ob der Weg richtig ist! Da hinten ich sehe sie! Ne, das sind sie nicht! Hä? Da waren die doch gerade! Egal! Dann laufen wir die Map halt zweimal entlang! Mann! Hau doch mal ab! Boah! Das Schlimmste in dem Spiel sind wirklich die kleinen Pissviecher hier! So klein sind die ja nicht! Ja. Nervig aber! Boah! Wie viele noch mir nach sind! Einfach durch rennen! Aufpassen! Vor uns! Tak 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 tak! So! Dann ist übrigens die schwarze, möchte ich mal so erwähnen! Aua Aua! Fand das wichtig! Hier liegt ein Auto Schrot! Wer keine Muni mehr hat! Und wer fast keine Muni mehr hat, sollte die auch nehmen, damit er nicht wieder gleich sagt, oh ich hab keine Munition mehr. Den Punkt hatten wir letztes Mal, wer sich erinnert. 50% Alter. Weiter, weiter, weiter. Die sind doch hinter uns, ist doch gut. Die schaffts nicht zu lösen. Die haben lauter Slow-Charaktere und kommen nicht hinterher. Ja so ungefähr. Ich würd mich gern kurz heilen. Nein, lauf weiter. Wenn hier drin. Ja, ich bin Snow-Swalker, Snow-Swalker. Oh, oh, oh. Rückzug, Rückzug. Wieso? Jan lenkt den ab. Oh, scheiße. Fast. Nicht auf mich schießen. Plan ging nicht auf. Ich nehm die Kettensäge, Jungs. Ja, okay. Ja, ich... Dann kann ich einfach dauerstunnen, dass ich so gesagt die Dings nicht wechseln kann sogar. Renn weiter, renn weiter. Ja, ich hab keine Munition, um durchzurennen. Also kein... Ich seh nichts, was hinter mir passiert. Renn weiter durch den Tunnel. Einfach weiter. Ich weiß nicht, wo es lang wird. Aua. Hunter. Sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Nicht lang. Oh, oh. Hinter mir. Ich seh ihn schon. Aaaah. Yeah. Ich werd wiederbelebt. Geile Scheiße. Einmal hier auch. Ja, sicher, sicher. Alles, alles gut. Ich hab aber nichts mehr zum heilen. Hat wer was zum heilen? Boomer hinter uns? Weg da, weg da. Ich halt den Boomer auf. Lauf weiter. Ich schieße auf ihn. Er kommt zurück. Er kommt zurück durch den Tunnel. Oh, Scheiße. Aber ihr könnt... Aber ihr könnt... Ihr könnt mich theoretisch auch sehen. Iiiiiiiiiiii... Iiiiii... Ich bleibe standhaft. Hier stehen. Ähm, hier liegen mein' ich. Lauf weiter! Ich hab... Ihr müsst ihn jetzt killen, ne? Ah, ging nicht. Ja, aber wir waren relativ gut, oder? 509. Relativ. Nee. Nee, nee. Naja, die haben jetzt 500 Punkte aufgenommen. Aber theoretisch müssen wir ja jetzt auch einen Tank bekommen. Ja, wer gleich Tank ist, rennt nicht wie Atta aus dem scheiß Tunnel raus, sondern blockiert den Tunnel, dass keiner reinkommt, ja? Schon klar. Warum bin ich am Anfang immer ein Charger? Ich bin fast immer Hunter, das ist echt komisch. Ich bin fast immer Boomer, ich find das aber gut. Ich nehm sofort den Ersten, der rauskommt. Okay. Ich geh aufs Dach und guck, dass ich mir einen Überblick verschaffe. Nein, ich bin runtergefallen. Doch! Jetzt spawn doch, du Kack-Charakter. Ja, ich bin gespawnt übrigens. Na, daneben. Ich nehm Atta. Okay. Kriegt ihr noch was gecharged? Aua. Jan, du musst runter. Spring an. Weiterspringen. Weiterspringen. Irgendwann triffst du. Weiterspringen. Hab sie! Hab Sascha und die anderen rennen weiter. Ich töte Sascha und dann geht's ab, ne? Ich nehm einen Atta jetzt und mach ihn raus. So. Atta ist weg. Nee, da kommt mir mein Blatt. Der nimmt die kalten Säge! Okay, er liegt auf jeden Fall am Boden, den die nicht gekriegt haben. Die wissen nicht wo lang, oder was? Ja, irgendwie nicht. Okay, eine Heilbox wurde schon benutzt, ne? Von der Rochelle. Fuck. Also von Sascha. Von Stevie. Ich hab Bomber. Na Boomer. Ich hab Bomber. Sehr gute Pfütze. Sehr gute Pfütze. Sorry. Ich hab Cha-Cha. Sehr schön. Ups. Scheiße. Kettensäge. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich will nicht, ich will nicht. Lass mich einfach rum. Hallo Finn. Scheiße. Du musst auch spawnen. Ja. Ich hab beide. Bekommen. Ah nice. Ich bin einfach neben den ganze Zeit gelaufen. Guck dir, ich bin auch oben auf dem Dach. Guck dir, ich bin auch oben auf dem Dach. Ja, ja. Wo bist du denn überhaupt? Du musst nicht aufs Dach, du musst nach unten. Ich weiß. Aber pass mal auf. BUM! Hab ich einen Steve und BATZ. BUM! Hier Steve, nimm das, ey. Friss das. Kann ich mal mal als Tanksboden. Ich hab hier auch mal einen coolen Job bekommen. Ja Steve, lag auf dem Boden jetzt. Liegt noch weit auf dem Boden. Los, hau ihn! Ah, schade. Ich glaub, die wissen echt nicht wo lang, ne? Ich hab's eigentlich nicht geschafft. Steuerraum. Doch, sie haben's gefunden. Sie haben das Flussbett gefunden. Okay, jetzt wird's ernst. Ich hoffe, jetzt kriegt keiner von uns einen Boomer. Hallo, ich bin ein Boomer. Weil sonst kommen wir nicht hinterher, ne? Ja doch, solange ich noch nicht gespawnt bin, bin ich schneller. Aber wir können auch echt erstmal einen töten, ne? Aber die Respawn-Zeiten sind einfach richtig scheiße. Die hast du aber gut getroffen. Ich hab Steve und die anderen laufen weiter. Das heißt, wenn der Steve jetzt stirbt, dann kriegt er wenig Punkte. Du hast Steve und Sascha. Und Atta, oder? Nee. Nee, nur Steve und Sascha. Guck mal, Atta kommt zurück. Dreh dich um und geh auf Atta. Dreh dich. Ja, ja, warte, ich, ich, warte kurz. Sehr gut, du bist weggekommen. Wer auch immer da weggekommen ist. Ja, ich? Aber... Yeah, genau. Perfekt. Steve, ich guck jetzt nicht Atta. Ich hab gleich Dings-Zunge. Ja, aber es sein ist die Tore. Atta steht daneben. Steht damit daneben. Ja, hab'n aber, hab'n aber alles cool. Ich krieg'n fucking Splitter. Wollt ihr mich veräppeln? Äh. Jetzt läuft doch um die Ecke. Shit! Nein! Und hebt'n wieder auf. Aber nicht mehr am Boden. Nice. Scheiße. Noch mal wegen den Zombies, aber noch mal weg. Hier wird keiner aufgehoben, Sonic. Schön gespuckt hast du das gemacht. No. Geh weg, Sonic. Lass mich in Ruhe. Oh, man. Okay, die zwei sind wieder da. Die sind alle voll am Ende. Wir müssen die jetzt nur noch killen. Ja, der Tank spätestens wird's richten. Aber ich hoffe ja, dass wir's vorher hinkriegen. Wir müssen ein bisschen Pumpe machen. Oh nein, ich bin Boomer. Das gibt's doch nicht. Jetzt fahr'n mich als Tank. Los! Spiel! Sei auf meiner Seite. Ich glaub' Stevie. Ich bin ein bisschen salty gerade wieder. Stevie ist immer salty. Ja, aber jetzt wird er grad wieder salty. Muss halt einfach mal gut werden. Dann wär' er nicht so... Oh geil, ich bin der Charger. Ich warte jetzt, bis die an dem Ding sind. Und renn' da durch. Ich renn' da einfach durch. Ganz einfach. Hab' den Steve! Er wird aber ein anderer Tank, ne? Die legen noch 150 Punkte zurück. Ja, ja. Alles gut. Spitter! Ich bin jetzt auch mal Spitter! Geile Scheiße! So. Ich sieh' Spawn als Tank hab' ich. Also ich hab' Atta. Ich bin Tank! Okay, wenn die vorbei laufen, dann halt' ich sie auf. So. Der liegt in der Kotze. Ich glaub' Sascha rausgenommen. Ja. Kann ich denn den vorbei nehmen? Nice! Sascha geht down. Sascha geht down. Super. Easy. Ah, der ist tot. Noobs, ey. Ich bin Tank! Jetzt macht ihr eben. Schön. Aaaaaaah! Alkwöse! Wir sind vorne, oder? Wir haben noch gewonnen. Alkwöse! So, Amy, du darfst! Also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war meiner Meinung nach eine recht witzige Runde. Erfolgreich, vor allen Dingen. Erfolgreich natürlich auch, ja. Ähm. Und ja. Viel Spaß beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Sagt alle Tschüss! 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 Tschüss!